Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten, ja, vorgestellt Teil vom Spiel Critter Curve. Vorweg möchte ich noch eben eins sagen, für alle, die sich wirklich für das Spiel interessieren. Es gab nämlich jetzt eine Roadmap, die rausgekommen ist und zwar wurde da schon angegeben, was alles noch hinzukommt und das ist wirklich eine ganze Menge. Es werden noch neue Locations hinzukommen, wie zum Beispiel Sunken City, Hotter Tropic, Boomerang Bay, Five Little Craps, Riggs Outpost und irgendwelche Unterwassergebiete, die man dann auch noch erkunden kann. Dann wird es neue Pflanzen geben und ich hoffe, dass wir das dann auch innerhalb dieser drei Folgen noch hinkriegen, dass wir wegen dem Pflanzenanbau und so weiter uns das mal genau anschauen können. Es werden neue Quests hinzugefügt. Es wird neue Leute geben, die man kennenlernen kann, also die dann hier bei euch einziehen. Und ja, Kleinigkeiten wie das Radio wird bearbeitet, das Wetter wird bearbeitet, es wird neue Unterwasser Farmen geben. Das Angeln ist übrigens bearbeitet worden, das haben wir leider noch nicht kennengelernt, aber das war wohl vorher so, dass es da immer so Minispiele bei gab. Und ja, diese Minispiele gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt gerade am gucken. Moment, wir haben zwei Uhr morgens. Ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Ja, Short. Ich weiß nicht, wie lange Short ist bei denen. Okay, nur zwei Stunden. Das ist natürlich nicht allzu viel. Dann schlafe ich noch mal zwei Stunden nebenbei. Ja, um die Performance wird sich dann auch noch mal zusätzlich ein bisschen gekümmert. Dann gibt es Tourismus-Updates, was auch immer jetzt damit genau gemeint ist. Hat wohl was mit Museum zu tun. Vielleicht werden wir das auch noch kennenlernen. Mit Dekorationen und so weiter. Überhaupt, ein Museum wird wohl, so wie ich es verstanden habe, eingeführt noch. Also es ist wohl noch nicht vorhanden. Und eine Taverne wird noch hinzugefügt. Es gibt noch einen Klamotten-Shop, wo man sich dann neue Sachen aussuchen kann zum Anziehen, weil ich bin ganz ehrlich, das war jetzt nicht so viel, was wir jetzt da bisher gesehen haben. Und noch einiges mehr. Äh, sieben Uhr morgens, ja doch, das passt. Dann sollten alle wieder wach sein. Ähm, ich bin jetzt nur gerade am überlegen, was müssen wir jetzt überhaupt noch machen? Meet Pookie. Haben wir denn nicht schon getroffen? Und Sammy. Helping. Das ist aber schon abgeschlossen hier. Ähm, okay. Eigentlich ist das, was wir schon gemacht haben, nicht mehr drin. Aber warum hier jetzt ein Haken drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Helping Copper Button. Sailing the Ocean Blue. Äh, The Resource Finder. Da weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so genau, was wir da machen mussten. Also, wir hatten einiges noch zu tun, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, Resource Finder. Was ist das denn? Dive Site. Da war aber, glaube ich, jetzt nichts mehr, was wir noch brauchten, oder? Ich glaube, wir hatten doch eigentlich da alles soweit geholt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken erst mal, ob wir Sammy finden. Moment, wir sind jetzt in Meet Pookie. Vielleicht können wir den auch hier irgendwo erst mal finden. Das wäre jetzt hier der Bereich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der aussieht, dann könnte ich da schon eher nach Ausschau halten. Hm. Wie findet man jemanden, der nicht gefunden werden will? Wir gucken erst mal aus irgendeinem höheren Blickwinkel. Jetzt weiß ich gerade nicht. Oh, oh. Aua. Das war meine Nase. Aber ich glaube, so richtig kaputt gehen kann man hier nicht, oder? Das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Das hasse ich immer bei Spielen, wenn man dann irgendwo Leben verliert, nur weil man ein bisschen zu tief gesprungen ist. Ah, Moment. Da ist einer. Das ist aber nicht Pookie, oder? Nee, das ist Angkor. Den haben wir ja schon mal gesehen. Deswegen, ähm, Let's Talk weiß ich jetzt nicht genau. Äh, ja, und der hat nochmal wegen dem Schiff nachgefragt. Sind wir jetzt noch in dem... Ach, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück weiter wieder weg. Och, dann können wir jetzt auch hier oben hingehen und nach dem anderen suchen. Das ist... Ach nee, das war der Bereich für... 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 Für das Schiff? Das ist der Bereich für das Schiff. Eigentlich waren wir doch hier mit ihm beschäftigt. Äh... Das ist Unit Detective... Also übrigens nicht wundern, ich habe dieses... Das habe ich ausgeschaltet. Das kann man separat ausschalten. Äh... Complete Construction of the Workshop. As Located Supplies des Unit Decayers. Ja, aber wo... Finde ich jetzt den Workshop genau? Oder muss ich jetzt immer noch Ressourcen für den? Was haben wir denn hier? Donate Electronic Parts Used in Crafting. Ach so! Ach! Repair Workshop... Ich war jetzt falsch. Okay, ich habe jetzt gedacht, links ist mein Inventar. Ich war jetzt gerade ein bisschen durcheinander. It should be able to find resources. Jaja, jaja. Wir haben ja... Ähm... Die machen wir mal rein. Die machen wir auch rein. Zack. Einfacher als ich dachte. Ha! Ja, klar. Okay. Dann haben wir ihnen erstmal geholfen. Das hätten wir jetzt natürlich auch noch in der letzten Folge machen können. Aber... Na gut. Haben wir jetzt hier drin gemacht. Ist ja nicht schlimm. Dauert das jetzt eine Weile? Weil er ist jetzt hier so am kloppen. Wait for Cutter Button. He will wave me down when it's ready. Das hört sich so an, als ob er mich hier um... Umwerfen will. Okay. Also er wird mich damit nachrichtigen, sage ich jetzt mal einfach. Na gut. Dann rechts von mir sind noch zwei. Das ist einmal... Äh... Sammy... Und... Ach so, das! Moment. Das ist beides zwei. Ship to sail on. Okay. Aber das mit dem Schiff, da habe ich noch nicht alle Sachen von, oder? Also rein theoretisch müsste ich das dann doch auch irgendwo hier donaten. Also hier, ähm... An so eine Kiste tun oder sowas, damit das Schiff repariert wird. Oder verstehe ich das falsch? Ähm... Das Problem ist nur, hier ist natürlich nirgendwo ein Schiff. Das wäre jetzt der Bereich... Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich wesentlich... Oder es wäre... Uh! Gehst du wieder zurück? Es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn das Ganze auf Deutsch wäre, weil dann könnte man mal eben nachgucken. Und jetzt habe ich allerdings schon wieder eine Nacht nichts damit gemacht, weil ich keine Zeit hatte, alles in einer aufzunehmen und weiß schon wieder die Hälfte gar nicht mehr. Ach du bist Sammy! Ach so! Kann man das eigentlich drehen? Oh ja, man kann es drehen beim Sprechen. Das ist gut. Ähm... Hallo Sammy! Ja! Ja, mein Name ist Gameplayerin. Genau. Du hast keine Ahnung, wie schön es ist, dich zu treffen. Ja, ich glaube schon. Der ist ja total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm... A Tropical Paradise. Ja, so sind wir noch nicht ganz, aber ich arbeite noch dran. Sagen wir es mal so. Da stand nichts von drin, wie eine Ratte in einem Zelt zu leben. Ja, ja. Ich meine, ich habe hier ein paar Häuser. Ich könnte dir was renovieren. Ah, ja, ja, ja. Möchte er, glaube ich, auch. Ach nee, habe ich das gerade gesagt? Oder hat er das gesagt? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Ähm... Wenn es irgendetwas gibt, womit er mir helfen kann, dann soll ich es ihm wissen lassen. Okay. Jetzt ist die Frage. Meet a new friend. Habe ich jetzt nicht den Auftrag bekommen für ihn? Habe ich nicht den Auftrag bekommen? Oh. Kann ich ihm das dann auch nicht sagen? Get the workshop working. Ach so, ja, gut. Der ist jetzt natürlich noch nicht ganz fertig. Ach so, ich muss... Also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ich muss warten, bis der Workshop hier soweit in Ordnung ist, also soweit durch ist. Also, sprich, bis der Roboter fertig ist. Und dann, äh... Wie auch immer, kann er wohl in ein Haus einziehen. Ja gut, aber du hast ja bis dahin eine ganz gute Bleibe, oder? Mit einem Zelt direkt am Strand. Das ist doch auch was Schönes hier. So. Oh. Researching. Beach Chair. Ach. Ja, klar. Wir lernen natürlich alles, was wir kaputt machen. Mich würde mal interessieren, was das da hinten ist. Ist das irgendwas? Die ganze Unterwasserwelt hier würde ich halt gerne mal erkunden, ne? Hm. Ich bin schon sehr gespannt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich stelle euch das Spiel wirklich nur in den drei Teilen vor. wenn es mal eine deutsche Sprachausgabe gibt und ich hoffe wirklich, dass eine kommt, weil ich das Spiel bisher ziemlich cool finde eigentlich, ähm, dann würde ich da auch ein Let's Play komplett von machen. Kann man nicht machen, ne? Was ist denn das hier gewesen? Das sieht wie so ein... Ja, vom Vergnügungspark irgendwas sieht das aus. Das ist wieder... Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Moment. Ähm. Der ist immer noch ganz hinten. Der läuft jetzt hier schon rum. Oder... Bist du das? Doch, das bist du. Oder? Ja, hi. Ich kann nur gerade nicht. Es tut mir leid. Park Bench. Ah ja. Sehr schön. Ich bin nämlich gerade am gucken, ob ich unterwegs schon mal irgendetwas einsammeln kann hier, äh, dass ich neue Sachen lernen kann. Okay, das konnte man jetzt nicht machen. Da bin ich mir nicht sicher. Okay, das habe ich anscheinend noch nicht gelernt. Okay. Toll. Mir geht es sowieso nicht gut. Ich bin die ganze Zeit am Niesen und alles und jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Oh. Das war ja so klar. So, dann haben wir auch schon mal einen Zaun. Ah, oder ist das doch der hier unten am Zelt? Moment, ich brauche mal eben was zu futtern hier. Alter, hast du mich jetzt erschreckt? Was, bist denn du eine Eidechse oder was? Pukki! Warum schreist du mich hier so an? Magst du das Wetter auch nicht? Who are you anyways? Wer fragt das? Genau. Aber ich bin freundlich. Gameplayerin? Die neue Sailor Woman. Genau. Ah, ich habe Sailor, Sailor Moon habe ich geliebt damals. Also, das meinen die nicht damit, aber das weckt jetzt gerade Erinnerungen. Ähm, nicht was er erwartet hat. Wobei, es könnte auch nur sie sein. Ich bin mir nicht sicher. Die Augen sehen sehr weiblich aus, aber der Rest ist irgendwie sehr männlich. ähm, ähm, ein Pukki. Please don't let me keep you. Nein, 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 du hältst mich nicht davon ab, irgendwas zu machen. Keine Sorge. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ja, meet a new friend. Ähm, Also, wir haben jetzt, ach so, das, Moment. Das, äh, Schiff ist versunken. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Müssen wir dann die Sachen im Wasser besorgen? Meinte er gar nicht, dass wir das Schiff reparieren sollen, sondern meinte er, dass wir die Sachen, äh, von dem versunkenen Schiff ausholen sollen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, was die jetzt gesagt haben, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal. Wir können da natürlich immer tauchen. Können wir das auch machen? Oh, sehr schön. Das war ein Mülleimer. Okay. Also von der Art her, von der, von der Idee her, was man hier alles machen kann und so, finde ich schon ziemlich cool. Ich meine, gut grafisch, ne, es ist immer so ein bisschen, äh, je nachdem, was die Leute halt eben gerne mögen. Mögen sie es lieber ein bisschen realistischer, mögen sie es lieber, äh, keine Ahnung, so, so Point-and-Click mäßig, dass es gezeichnet ist, oder so beispielsweise. Mögen sie es lieber so wie hier oder ist es den Leuten egal, ne, es ist halt wirklich Geschmackssache. Deswegen, darüber möchte ich mich auch gar nicht auslassen. Äh, bin ich jetzt hier richtig? Moment. Ja, doch. Aber von der Art her, vom Spiel selber, finde ich es bisher eigentlich schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Wie gesagt, also privat werde ich das auf jeden Fall noch weiterspielen. Es wird auch auf jeden Fall noch eine Review dazu geben. Also, war nicht da drunter, ne? Es wird auf jeden Fall auch noch eine Review geben, auch meinem Indie-Blog. Okay, ich glaube, hier sind wirklich die Einzelteile irgendwie von, oh, ja, das sind auf jeden Fall Einzelteile. Oh, mach schneller, mach schneller. Nein. Wir dürfen nicht so lange unter Wasser bleiben. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Von dem Spiel. So, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Es wird noch eine Review geben auf dem Indie-Blog von, äh, diesem Spiel hier. Ah, lass mich doch nicht unter Wasser. Hilfe. Ich glaube, das war aber wahrscheinlich das, was wir rausholen sollten für die Quest, oder? Oder warum ist das jetzt extra, hallo, geh nach oben. Warum ist das jetzt extra nochmal betont worden, dass wir das jetzt gefunden haben, also abgebaut haben? So, so, zeig mal her. Dann, da ist noch was. Ja, haben wir gerade noch hinbekommen. Ich dachte schon, ich verrecke jetzt hier wirklich gleich noch, aber das haben wir gerade noch hinbekommen. Ich glaube, damit haben wir dann alles so weit von dem Schiff hier angesammelt, wenn ich das richtig sehe. Die Frage ist, ach, da können wir durch, ähm, ja, oder einfach nur durchschwimmen. Okay, kein Thema. Hallöchen, was ist denn hier passiert? Hat es hier eine eingerichtet, oder was? Replay Blasting Charge, okay, also wir sollen das sprengen, nehme ich mal an. gut. Hier finden wir auch noch was. Ich muss mal wieder aufpassen, ich habe nicht mal viel Ausdauer, ne? Ich hoffe, das brauchen wir jetzt nicht auch noch zum Schwimmen, oder so. Uh, das hört sich gut an, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das jetzt war. Drachenfrucht habe ich noch gelesen. Was war das? Was war das? Was war das? Ach so. Brauchen wir wieder eine Schaufel für. Na gut. Also hier müssen wir noch was sprengen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Ah, du bist so süß, du Kleiner. Oh, Moment, da ist noch was. da ist noch ein paar Kleinigkeiten hier. Ja, ja, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, schnell. Aber das habe ich doch eben gemacht. Riesbronnen die Sachen jetzt hier wieder, oder was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Weil genau an dieser Stelle habe ich das doch eben abgebaut, oder bin ich jetzt total... Rusty Tank? Ja, komm, mach, los. Nö. Das will sie irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist ein bisschen verbuggt anscheinend. Ach so. Nee, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, jetzt sehe ich das gerade. Ähm. Essen. Da ist Bild gerade dabei. Ich meine, so gucke ich ja noch relativ human, aber wenn ich dann anfange zu essen, gucke ich wie so ein Psycho danach. Okay. Ähm. Hallo. Du sollst einfach nur runtergehen. Mehr sollst du nicht. So, okay. Ach, das war ein Surfboard. Okay. Aber ich habe das doch eben alles gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Und da hatte ich ja auch noch Ausdauer. So, ein bisschen Ausdauer brauche ich dann. Moment, das hier oben, kann man das auch? Nein, soll es runtergehen. Ah, cool. Nein. Och. Geh doch nicht direkt runter. Soll es doch nur nach vorne gehen. Nein. So, okay. Ich hoffe, das reicht erstmal. Da war nur eine Sache noch drin, oder? Moment. Ach, jetzt ist da rechts auch noch was. Och, da ist jetzt auch schon wieder. Ey, das kann doch nicht sein. Das muss doch respawnen. also, ich weiß es nicht. Also, das muss doch respawnen, jetzt mal ohne Scheiß. Wobei das immer wieder andere Sachen sind, habe ich so das Gefühl. Was ist das? Ach so, Drachenfrucht, genau. Was war das denn mit der Drachenfrucht hier eigentlich? Just in cooking. Gucken wir mal, wie viel die uns gibt. Ich glaube, die gibt uns einiges mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. So, okay, dann nehmen wir das da unten noch beides mit. Und das hier. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Vielleicht ist das ja auch jetzt so ein, so ein, ähm, so ein, so ein, äh, nicht Gimmick, wie nennt sich das? Oh, das ist ein Anker. Halt, den nehme ich mit. Okay, das können wir so mitnehmen. Äh, so eine Dreingabe halt, ne, dass das immer wieder kommt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, äh, oder habe ich da, das kann aber doch nicht sein. Ich habe das doch alles eben genommen. Jetzt will ich wissen, ob da jetzt wieder was Neues gekommen ist. Ist es nicht. Okay, dann halte ich mich jetzt wirklich tatsächlich selber für verrückt. Was mit dem ist, weiß ich auch nicht. Der war doch vorher auch nicht am Strand, oder? Ja, 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 ich habe die falsche Tasche gedrückt. Ist ja gut. Ich meine, gut, die Steine und so, das ist ja okay. Die werden wahrscheinlich jetzt so random irgendwie am Strand immer aufzufinden sein. Oder die habe ich tatsächlich eben nicht gesehen. Keine Ahnung, das bin ich mir nicht so sicher. Hi. Achso, du bist das. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Moment, ähm. Ja, anscheinend habe ich fürs Schiff oder vom Schiff oder wie auch immer immer noch nicht genug. Was ist mit dir? Bist du jetzt mal fertig? Das sieht gut aus. Äh, Test complete. Ja, jetzt winkt doch nicht die ganze Zeit. Lass mich doch erstmal mit dem Sprechen. Äh, Entopens, okay. Das Unit Offers. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Helping Copper Button. Okay, dann schauen wir mal. Das können wir noch auseinandernehmen. Hier liegt, glaube ich, noch viel Schrott rum. Kann das sein? Ähm. Das war eine Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Nun funktioniert alles. Das ist gut. Okay, okay. Kirm Standard. Ja, müssen wir wahrscheinlich updaten, nehme ich mal an. also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da wohl schon einige Entwürfe drin jetzt. Craft a Simple Forge. Ah, okay. Damit kann man dann diese, diese, ja, diese Metall, im Endeffekt, was man findet, in brauchbare Formen bearbeiten. Und dieses Meet Pursen, ne, das triggert mich so. Ja, ich sollte keine Schwierigkeiten haben. Ich weiß, ich weiß. Also, wie gesagt, ich lese mir jetzt auch die Quests und so nicht so ganz durch, weil, ähm, ich finde, ihr solltet wahrscheinlich mehr von dem Spiel sehen, weniger von den Quests, weil die sind eh nicht auf Deutsch. Renst du mich hier einfach um? Geht das noch? Haben wir jetzt eigentlich eine neue Aufgabe dafür bekommen? Hier, Place a Simple Forge. Okay. Dafür brauche ich ein Lagerfeuer. Was ich nicht machen kann, so wie es aussieht. Warum kann ich das Lagerfeuer nicht machen? Weil ich das noch nicht erlernt habe. Aber wo soll ich das herkriegen, um das zu erlernen? Das ist jetzt die große Frage. A Cook Pot. Das wäre auch nicht schlecht. Tja. Ich brauche ein Lagerfeuer. Ich muss irgendwo ein Lagerfeuer herkriegen. Ja, ja, ja. Ich habe wieder keine Ausdauer. Das ist so... Also, das ist wirklich was, was extremst nervig ist. Das hat man bei anderen Spielen zum Glück nicht so. Äh, ja, das ist toll, dass du mir das so anzeigst. Aber das war kein Lagerfeuer. Das heißt, das war nichts, was ich jetzt brauchte, sozusagen. Oh, lauft mir jetzt doch nicht die ganze Zeit hinterher. Ja. Ja, ist gut. Du hast wieder keinen. Oh. Oh. Ich sollte mich vielleicht mal hinlegen, um nochmal arbeiten zu können. So. Kann man theoretisch auch auseinandernehmen? Wenn man denn mal Ausdauer hätte. Natürlich nur. Ach, ich sehe übrigens gerade... Ich habe sogar... Ich habe sogar einen Topf gefunden. Ach, cool. Cool. So. Da geht es nur wieder runter. Na gut. Steht mir jetzt hier nicht im Weg rum. Ich muss hier irgendwo ein Lagerfeuer finden. Ne, das ist es nicht. Da brauche ich die Schaufel zu. Die kriege ich aber irgendwie nirgendwo. Ah. Lagerfeuer. Gibt es irgendwo hier auf der Insel ein Lagerfeuer, was ich mal eben abbauen dürfte? Das wäre ganz schön. Zumal ich auch keine Ausdauer mehr habe. Also ich jetzt auch nichts groß anderes noch machen will. Hm. Er hat auch kein Lagerfeuer, ne? Ah, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass das jetzt hier an einem Lagerfeuer hängen bleibt, Mann. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das auch wieder zum Auskram? Ach, lauft mir doch nicht ständig hinterher. Ihr geht mir langsam auf die Nerven. Es sei denn, ihr könnt mir sagen, wo ich dieses blöde Lagerfeuer finde. Dann könnt ihr mir hinterherlaufen. Dann könnt ihr mir das sagen. Ähm. Ja gut, das ist jetzt der andere Kreis. Ne, keine Ahnung. Es ist ja jetzt auch nicht so, als ob das jetzt so aussieht, als ob es hier überall ein Lagerfeuer geben würde. Die kann ich auch keins kaufen, oder so, ne? Das ist ja doof. Ah, Boat Bar. Einer von 20, okay. Tja. Entweder stehe ich jetzt wirklich auf dem Schlauch. Aber wo soll ich sonst das Lagerfeuer herkriegen? Und die haben auch keins gemacht, also gehe ich nicht davon aus. Oder Moment, kann man vielleicht... Ähm. Ah, ich bin so doof. Oh. Okay, ich laufe mal wieder zurück. Ah, da muss man dann erst mal drauf kommen. Beziehungsweise, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, habe ich schon danach gesucht. Ah, doof. Ganz doof, Fehler. Vor allem habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, weil das gehört ja jetzt hier zur Quest. Also muss ich das doch auch irgendwie ganz normal finden können. So, das sollten wir machen. Dann machen wir das doch. Oh, das ist ja auch. Tada. Und nun? Äh, Official Greeting Social Kunstdokts. Okay. Okay, einer seiner Rohre verliert Öl. Ich denke mal, meint die im Wasser, oder? Ich meine, er ist ein Roboter, ne? Ich weiß es ja nicht. Äh. Okay, also ich soll ihm auf jeden Fall dabei helfen. Aber mehr sagt er nicht. Okay. Achso, ich soll die hier hinstellen. Ah, okay. Ähm, dann muss ich die aber, wo habe ich die denn jetzt? Ach, kommt schon. Mit Rechtsklick muss ich das machen. Na gut. Ähm, Shift gedrückt halten. Ah, dann kann ich das, okay. Okay. So, bitteschön. Jetzt kannst du dich untersuchen. Achso, Talk to. Okay. hier. Okay. To use the machine. Metal. Metal bar hat er geschrieben, oder? Ja, das soll ich machen. Zack. Na gut, müssen wir eben warten. Rosa. Ach, steht mir doch nicht über den Weg rum hier. So, Operation. Okay. Ah, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich soll jetzt, äh, die, ähm, Blaupause für den Fabrikator finden. In einem Unterwasserkäfig. Okay. Also der ist auf jeden Fall wichtig hier für den Workshop. Oh, ohne den kann man nichts anderes hier reparieren. Das heißt, mit ein bisschen Glück, äh, wenn wir den dann geholt haben, oder wie auch immer, dass wir dann die Häuser, reparieren können. Schwimm unter Wasser und in den Käfig. Aber wo? Zeigt er mir das noch an? Ich will's hoffen. Achso, in der Nähe von den versunkenen, ähm, ähm, Okay. Das ist hier nicht. Also ich muss aber, also ich denke mal, er wird mir jetzt was geben, weil bisher hat er noch nichts gemacht, äh, wodurch ich länger unter Wasser sein kann. Ich muss allerdings aufpassen, dass mir der, also die Luft nicht ausgeht. Fabrikator drüben. Das ist hier, ne? Genau. Aber das, hä, das ist doch an Land. Das ist doch an Land. Wieso sagt er, ich soll, komm ich denn da überhaupt hoch? Ach, oder, Moment, Moment. Oder ist das in dieser Höhle drin? Weil er ja die ganze Zeit von einer Unterwasserhöhle gesprochen hat, dann ist das bestimmt die Höhle, wo ich vorhin drin war. Nur, ich hab ja eigentlich nicht alles von da gefunden. Bis auf das hier halt, ne? Da kann ich immer noch nichts mitmachen. Halt. Ach. Das war auch nicht das, was ich jetzt hier drin gefunden hab, oder? Kann ich mir denn, ich kann mir auch nichts herstellen, was jetzt irgendwie auch nur ansatzweise explosiv ist. Hm. Tja. Was bist du denn? Äh, das Lebewesen? Ach du Scheiße. Ja. Wie soll ich den finden, wenn ich das nicht sprengen kann? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich lege mich jetzt erstmal eine Runde aufs Ohr, weil ich sehe hier sowieso nichts. Das ist so dunkel geworden. Das sieht cool aus, irgendwie. Bin ich jetzt noch richtig? Moment. Äh. Können wir mit dir noch irgendwas besprechen? Das hat aber jetzt nichts hat jetzt nichts damit zu tun, was wir jetzt machen müssen. Scheiße. Scheiße. So, Moment. Ist das nicht? Hä? Nee, das ist unsere. Ich kann... Äh, warte mal. Nee. Die Frage ist auch, was muss ich jetzt, äh, hier von mitnehmen, ne? Ich schmeiß mal einfach alles rein. Zack. Halt. Das soll ich... Ah. Können wir dadurch unser Inventar erweitern? Das wäre natürlich ganz cool. Äh, das, das. So. Aber wie? Als... Ach, nein. Ach, das sind Klamotten. Ach, cool. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, dass das, äh, ein Rucksack ist. Keine Ahnung. Ach, das ist voll. Ah, okay. Schmeißen wir das da rein. Ja. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt aber nicht, wie ich jetzt an diese Blaupause rankomme. auf der E-S-Code. Aber wie mache ich das? Ja, das ist auch soweit okay. Shut the sale on. Ach so. Ich brauche so eine Art Rasenmäher und... Aber die Sachen habe ich nicht gefunden, ne? Nee. Aber vielleicht kann ich die bauen, das weiß ich jetzt nicht. Ah, das ist auf jeden Fall was, was wir auch mal im Auge behalten sollen. Aber ich verstehe das hier mit der... mit der Blaupause nicht. Weil das Einzige, was wir machen können, ist ja nur noch den Weg freisprengen, damit wir dann halt weiter reingehen. Das wiederum können wir allerdings nicht, weil wir im Moment überhaupt gar keinen, ähm, äh, wie nennt sich das, kein Dynamit oder sowas haben, damit wir das freisprengen können. Tja. Was heißt das? Andere Worte? Tja. Also da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was die, die Quest jetzt hier angeht. Ach, warte mal. Soll ich dem... To good you... Nee, das hab ich doch gemacht. Das hab ich doch gemacht. The clean workplace. Hm. Ja, keine Ahnung. Aber das Oberteil ist auf jeden Fall schon mal cool. Auf so, äh, Ketten hier, so Anhänger stehe ich sowieso total und das passt auch sehr gut. Ja, dann tut es mir wirklich leid, aber ich kann jetzt nicht wirklich viel mehr machen für heute und dann würde ich sagen, da wir dann sowieso speichern, dass wir dann hier erstmal die Folge beenden. Das war auf jeden Fall nochmal ein cooler Einblick, was man alles machen kann. Also, dass man unter Wasser halt eben auch die Sachen, ja, abbauen kann. das haben wir ja in der Folge davor auch schon so ein bisschen kennengelernt, dass es, äh, geheime, ja, ich sag mal, Gewölbe, keine Ahnung, wie ich's nennen soll, ähm, gibt. Und mit den Quests sind wir jetzt auch ein bisschen weitergekommen, aber wie wir das jetzt genau machen sollen, wie wir jetzt da durchkommen sollen, ohne dass wir von irgendwoher Dynamit oder ähnliches bekommen, also das, äh, ja, bin ich ganz ehrlich, ist mir im Moment noch ein kleines Rätsel. Ich werde mich da noch mal ein bisschen umschauen vielleicht und, ja, hoffe ich mal, dass wir dann in der nächsten Folge da weiterkommen. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir was anderes noch machen können. Vielleicht, hoffentlich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so linear hintereinander geht. Entschuldigt auch bitte, ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen gut verstehen, aber mich hat's, wie gesagt, voll erwischt und es geht im Moment irgendwie nicht weg und, ja, ich hoffe trotzdem, man konnte mich gut verstehen und, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weitermachen zu können, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt bin, weil ich absolut nicht weiß, wie wir das da aufsprengen sollen. Aber, mal gucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!